äh geht das licht wieder aus oder saugt das ding irgendwie das licht auf hallo was zur hölle ja den einen daignoriere ich mal der macht nämlich nicht viel damage wenigstens scheinen sie schnell zu sterben ok out of energy ist nicht so toll weißt ja ja das ist übel ok nehmen wir uns bei dieser seite vor dass sie ja einigermaßen ausweichen kann habe ich gesagt und sie kriegt dauert einfach die nase was ist das hier für ein ort so du guckt euch das an wo bitte bin ich hier gelandet serpent blade das ist eine dex waffe ok du bist überladen dann kriegst du mal ja so angegriffen werden geht ihr seid untote also nehme ich mal nicht an dass ihr blitzschaden nehmt ok ich muss die wirklich systematisch hier töten au sterbt ok der frostbolzen macht viel weniger schaden als die eisstacheln nehmt das überhaupt ein ende was zum geier habe ich hier die sklavenarmee gefunden ok also wo bin ich hier gelandet in die mumie übertreibt teil 13 ja ich muss mich irgendwie lustig überwachen weil das ist so viel kranke situation gerade das wiederum ist jetzt nicht so gut das wiederum ist jetzt nicht so gut Hilfe! 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 wo bin ich auch noch nicht meine riesengroß böser gullem hat mich gerade getötet preisfrage will ich nochmals dahin zurück also die pyramide war eigentlich armlos du brauchte gleich schon mal brauheit wieder beliebungs tränke nicht die mana tränke an sie geben und bau dir selbst jede menge mana tränke das licht geht aus okay wie das sieht aus geht es ist hier denn wirklich dunkel die könnte ich übrigens auch mal wieder braun so ist das eine vitality portion ich wollte eigentlich eine stärke pushen ist das da gut kriegt jeder von euch eine stärke pushen und euer meiner pushen kriegt auch jeder von euch eine so und du jetzt das wieder und dann geht wohl die luci ab peter wenn es diesmal nicht wieder nicht klappt also ja mich vor dem golem da einkisten zu lassen war ziemlich kacke so ich will da einmal wieder zurück teleportieren dumm 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 ah jemine also dieser ort macht mir irgendwie angst so genau da kommen jetzt die untoten raus genau die kann ich schon mal ein bisschen bearbeiten und ja für die untoten sollte ich keine energie eigentlich verschwenden also für die paar mumien hier weil die sterben mit einem schlag teilweise eigentlich sollte ich gar keine energie für die verschwenden sondern einfach drauf halten so critical und weg und gutes und miss kann passieren so einmal nachladen feuer 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 tot so kommt nur einer bis jetzt sieht es nicht danach aus also deswegen kurz rasten einmal kurz voll machen und hi jungs wie wärs wenn wir uns zur pyramide durchschlagen von der anderen seite aus einfach hier lang in der hoffnung dass wir hier irgendwas finden naja plate griefs der energy potion das war eine der momente wo ich gerne überall speichern könnte noch sehe ich aber keinen von den dicken golems ich sehe nur dass ihr eure hinder als waffe benutzt so genau genau die teleporter zurück würde ich gerne finden so so du schweig bei dir wäre ich froh wenn du besser treffen würdest so du weg bis jetzt immer noch kein riesen golem nur ein haufen mumien die mumie spielt verrückt ja ich denke mir gerade filmtitel aus die das hier einigermaßen beschreiben ich habe so das eigentlich schon fast das gefühl die wilden würden wir spawnen au so ok also die mumien halten sich ein grenzen sie sind nur verdammt viele das sind wirklich wahrscheinlich alles die sklaven die für den inselmeister gearbeitet haben da hinten sehe ich einen golem ich sehe hier keine knöpfe oder ähnliches äh ja ich habe eigentlich so das gefühl dass stehen bleiben schlecht die idee ist da kommt wieder eine größere truppe solange kein golem kommt bin ich happy soll da eigentlich eher auf offener fläche sein wo ich sehen kann wann einer kommt äh oder wie ich wegrennen kann nächster mana trank und ich bin eingekesselt jetzt nicht mehr wow ok ich sehe da hinten die golems kommen steingesicht sagst du ok irgendwas mit sechs seiten und einem golem äh äh wow also erst entweder kümmere ich mich erstmal um den großen dicken und ignoriere die mumien oder ich versuche erstmal so viel von den mumien zu töten wie geht und zwar ohne mich da gleich von dem golems ein kessel zu lassen genau so nämlich wow offenes gebiet offenes gebiet ist gut so genau schlagt einfach hinter mir alles zusammen ich flüchte auf die andere seite ihr seid nämlich auch nicht gerade schnell ok ich nehme es zurück ihr seid super schnell ihr seid viel zu schnell da hinten ist ein teleporter so also wenn ein golem hier gleich kommt dann mache ich mich dünne durch den teleporter egal wo er mich hinführt nur aufpassen dass ich nicht wow genau vom teleporter weg ähm getrieben werde ok noch klappt ok jetzt wird es schon eng auf auf